tag 4 jetzt kommen wir jetzt ja ein teckten luke an die kapitän fliegen kann er ja schon mal nicht aber cool wenn ich ihn trotzdem spielen könnte er ja nicht auf diese dämliche hat ihn hätte natürlich sind wir so der geister gruselig geister meister mir geht es nicht gut das war mir es leuchtet sachen gibt da ist ein stein den wir dann weg wollen müssen ja genau dann machen wir da auch wieder 20 ja die kommen da gleich als wir haben ja nicht so viel ich mache jetzt erst die kleinen dinge und da ist noch so ein fünfer derzeit oben das ist das tutorial dass wir die weit werfen musste ein bisschen rechts schauen das ist halt wegen spitzkriegen sie sind vielleicht nicht ja wenn du nicht rechts schaust so wie es halt empfohlen hatte der ist am rand links folge einfach den rand habe ich noch da schon da ich war doch die pikmin die kommen gleich ich habe den spaß meines lebens das ist ja schon mal dagegen jetzt ich gehe dass ? und raus hier, damit ich wieder meinen Charakter habe. Warum machen die das jetzt erst? Wenn du schon längst, dich bitte deiner unterhalten. Ich verstehe auch nicht, wie man es schafft, während des Fluges aus dem Schiff zu fallen, wenn ich ganz ehrlich. Ich meine, es ist zu. Also wie schafft man das? Keine Ahnung. Vergessen Fenster zu schließen. Deswegen sagen die ja auch immer beim Flugzeug immer, bitte schließen sie, nein, man kann kein Fenster. Wie sagt man das denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bitte schließen sie die Fenster und Türen. Wir waren jetzt. Du bist gut. Soll ich überhaupt kick mir raus? Ja, ja. Du musst mir welche abgeben. Ja. Nimm für mich welche mit. Ach so, für dich welche mit. Ja, genau. Also es resultiert glaube ich daraus, dass du mir welche abgeben musst. ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, okay. Ja, ja. Come her, keiner pick mint. hier ist eine stelle da wäre ich das ist die stelle wo du auch die pigment aber denkt dann den scheiß anvisieren und ständig bei einer mir auch den scheiß anvisieren wichtig sind die stein picken aber ja von denen was von jedem 20 wir müssen nämlich die brücke hier zusammenbauen und jeder hat schärben auf seine seite irgendwo halt das ist aber du hast ja gelbe pick man ja jetzt also das ist schon alles glaube ich richtig problem ist ich kann ja jetzt erst mal keine die hat alle können nur die geben sind halt die 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 ich habe ja ich mache jetzt noch ein paar gelbe bänker mit dem ansturm gibt es eigentlich besser weil dann sind halt auf einmal wenn du kannst mit den gelben das nicht weg bringen ach so weil wir nicht vereint sind ja ja und kannst ich werde dir jetzt ein paar rote überwerfen kannst du die weg bringen genau damit ich halt mir nämlich habe ich vielleicht ein problem so so das waren zehn zehn ja 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 dann hole ich mir natürlich erst mal gäbe pikmin hier raus das wäre gar nicht mal so schlecht den kann ich aber gleich kann ich die einfach hier drinnen lassen und dann zählen die mich als auf dem feld ja das ist das wollte ich gar nicht das die können das ausbuddeln das kann ich schon mal aus zwei haufen abgebaut es gibt nämlich zwei das passt hier ich kann hier wieder ich habe keine ab ich habe keine rausgeführt ach so ja nee das ist etwas das kannst du nichts für denn du hast wahrscheinlich leichen weggebracht und dann kannst du natürlich wieder pikmin pflücken ja das sind halt du kannst am besten mit den inneren anstrengen mitbefunden etwas passiert das können wir mal weg da ist eine abkürzung du kannst alle hinficken alle können ja genau da sind die die du solltest vielleicht ein paar pikmin oder wobei ja ich glaube das ist schon die passen und gut ja da fälschen ich habe gar keinen gelben hingeschickt und das kripte ach so weil ich gelbe noch mal gelbe gefunden habe ja das schafft das schon ach da ist mein zweiter auto ich habe dann bleiben die nicht noch mal stehen die man natürlich ihre aufgabe weiter war natürlich da ist natürlich glaube ich ganz gut wie auch manuell also wir müssen uns gleich nämlich kann zum beispiel schon mal zu mir rüber kommen ja ich weiß noch nicht wo die pik ja genau ganz entspannt über die drücke so kommt man mit denken die muss wenn ihr darüber höchst gleich an die pikmin wieder einsam sondern kommt sie hin und zu mir dann kommst du mit mir hier runter oder zu mir einfach so dann kommst du wieder zu mir also was brauchst du uns das bescheid einfach dadurch und weil ich glaube du musst wieder zurück oder ja doch da kommt gleich ein großer gegner ich bin oben ich lasse noch ein paar früchte weg bringen du kannst meinetwegen wo ich schon hier mit rauskommt einfach mit hier die eisbrüche runter okay okay hm 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 ja egal dann wie sie hat das ja genau deswegen habe ich dir jetzt ein paar pikmen die kannst du mich einfach mitnehmen jetzt hast du ja ausprobieren ja passt ja ja er ist schon irgendwo muss ich dachte es werden nicht genug das ist jetzt nur eine kleine abkürzung damit man nicht mehr durch dieses feuergebiet muss also das hilft ja immer das ist ja schon mal die blätter genau sind die können auch noch zurück hier sind überall schneehaufen genau wie kannst du buddeln lassen ich habe das jetzt schon zurückgebracht ja auch eigentlich ins wasser mir das hier wohl jetzt mit den gelben ich glaube wir können ja das ist nicht schlimm ist ja trotzdem muss glaube ich mal gucken ob wir alle pikmin ja ich bin dann noch irgendwo rum ja genau ich bin auf jeden fall schon unterwegs mal schnell ja genau da draußen ein pikmin ich glaube die sind immer in meiner nähe gewesen deswegen zählt das nicht ich glaube das passt ansonsten sind jetzt alle die der in der erde stecken sie nicht ne die sind ja alles um ein zu retten wenn man jemand das kommt warum wirst du da auch noch drauf wenn es bei 0 steht ja weil ich dann ich wollte den roten haben und dann bin ich halt zu nah an dieser dinge ist dann bin ich da drauf weil da so ein rutsch so eine rutsch so belastend aber ich dachte jetzt auch so okay die sind ja in meiner nähe wie hast ich werde er wenn er dieser da einfach stehen lässt ja aber anscheinend ist das spiel der so ein grünen mai ja so wird es sei der rot schuld es bleibt ihr da auch wie so ein blöd man drängen fünf verschiedene tüten und fünf früchten das ist mir eigentlich egal auf alle fälle haben wir jetzt ordentlich sagt ja wir haben auf jeden fall guten puffer und dann können wir eigentlich um uns um den nächsten boss ist gut ist du kennst ja die bosse als am ende einfach die tja so ist das machen passiert Danke schön.